Was? Ich soll die Maske aufziehen? Sieht die komisch aus. Hey, wuuuuh! Ich bin Professor Hobbins. Das ist meine Brille. Ich bin ein berühmter Archäologe. Mich könnt ja alles über Knochen und Steine fragen und über Sand. Ich weiß viel über Sand. Über jeden Sand könnte mich was fragen. Das ist der Wahnsinn. Über feine Sandkörner, über grobkörnige Sandkörner, über Sandgruben, über Dünen, über große Wüsten, über kleine Teiche, über Schleifpapier. Ich weiß viel über Schleifpapier. Das ist nämlich Sand auf Papier. Schleifpapier versteht. Ich weiß alles über Sand. Sand ist toll. Fragt mich einfach irgendwas. Leider bin ich ein bisschen aggro. Daher sind meine Augenbrauen so ein bisschen nach unten gerutscht. Aber das macht nichts. Eine kleine Frage und... Oh Gott, ich liebe Sand. Oh, ja, Sand. Gott, ich muss aufhören, diese Persönlichkeit anzunehmen. Lieber mal wieder diesen Typen hier. Diesen wunderschön sympathischen Helm. Das ist viel besser.